Lalalalalalalalalalalalalalalala Willkommen zurück zu NSMBU! Weiter geht's! Mit mir sein Paul-LP! Hallo! Hallo! Hey Leute, man könnte theoretisch das nicht sogar anders. Ja, grüßlelfletzplay, Stil-LP und Pixel-Starbleiben! So, jetzt haben wir's. Nehmen wir alle eine Starpern-Ansicht! Hey! Machst du schon! Und wir haben alle eine neue Position eingenommen. Wir stehen jetzt nicht mehr, sondern sitzen hinten auf der Couch. Naja, ich saß eigentlich schon immer. Was? Wenn ich jetzt... Hey, Cressi! Du Lumpen! Ah! Geh doch weg! War ich nicht! Nein! Nee, gar nicht! Mann, immer auf die Schwächeren! Und die Dümmeren, genau. Auf die Mimikota unter 20! Stimmt! Ah, nee, da wüsste ich schon jetzt auch. Hallo, Micha! Warte, jetzt kommt's! Jetzt kommt's! Ach, das ist widerlich! Krass, dann schämlich! Macht er jetzt immer? Ja! Weißt du was? Alter, das stinkt! Alter! Alter, hör auf! Ich bereue's schon, dem zu ihm zu sitzen, Alter! Das stimmt immer nach Würstchen! Ja, ich hab auch mächtig gegessen! Ah, Alter! Sie haben extra wegen dir gemacht! Kill yourself! Zum Glück sie sich nicht in den Krass. Das war nur ganz, ganz weit entfernt. Was für Ölste hast du denn gegessen, Kassi? Deine eigene? Ja, von mir auf jeden Fall. Jamaika macht das mächtig. Selbst gemacht, ja. Was war das denn für Würste? Ja, wer ist denn ver... Das scheiße noch mal! Ja, woher hattest du denn die Würste? Die nehm einer, meiner! Ingebracht! Ja, es ist halt meine Mutter genug! Lumpen? Hallo bitte! Warte! Warte! Ich mach ne Plattform! Halt's Mauer, Chris! Falsch! Nein! Hallo? Wie wär... Da links? Siehst du das dort links? Das ist links? Das ist ein Lumpen, ey! Alter, wir haben doch schon zwei Star-Klisten. Egal! Siehst du mal, wie es ist gucken können, dass es dort gibt. Für dich zuschauen, die das gehen nicht so! Dort drückt denn aus der Platte vor. Mal, der sich für nichts mehr. Ach, jetzt. Ach, jetzt. Raus, jetzt. Raus, jetzt. Da habt ihr was! Da habt ihr was! Boah! Da lächst du dir noch! Ne, da habt ihr holst mir jetzt noch! 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 Holst mir jetzt, du Spaß! Ich hab holst mir jetzt gesehen! Also, hey, da geht's rein! Geh bitte, hallo! Holst mir jetzt! Malz! Wo? Du hast beide Röhre bestehend! Warte, mach's dir jetzt mit Holger, ok? Ja, mach! Holger! Ja, mach! Ja, mach! Ja, toll! Mach, Christian! Direkt vor, ja, genau da! Ist das rot! Nein! Heuer auf das rot! Toll! Jetzt ist die weg! Mach nur mal direkt vor der rot! Oh, Alter, da muss ich mich küschen! Komm, ich mach's! Oh, Alter, du musst mich küschen! Nein! Ich mach! Wenn's da nicht reingeht! Alter, Mann, ich kenn mich damit aber aus! Weil ich nicht nur ein iPad hab! Okay, holger! Ein iPad ist ja was! Ja, krass! Geh rein! Wie geht's jetzt? Komm, soll ich's dann machen? Ja, ist egal! Dann geht's da nicht rein! Ich werde euch führen! Mach noch mal, mach noch mal, mach noch mal! Ja, los! Okay! Da geht's nicht rein! Nochmal! Ich hab meine Gesetze! Okay, jetzt kann ich rein! Natürlich geht's da rein! Du Lunge! Nein! Da geht's rein! Hör auf mich! Ich bin der Prophet Amos! Genau! Der Prophet Amos! Nee, ich bin der Prophet Schwanzfische 23! Stimmt! Okay, gut! Ich bin der erste Abonnent! Ja! Nichts! Genau! Ich hab die Mildbrow auch! Ah, das ist ne Scheißstelle! Und die Typen sind so krass! Was gibt's für die Musik? Ja! Also! Nix machen jetzt! Toll! Ah, fuck! Das ist ein bisschen mehr von mir getan! Nein! Ich hoffe, dass wir doch auch zu schütteln! Ja, ich mach doch gar nichts! Nein! Achso, jetzt hab ich's! Okay! Ja, jetzt! Ja! Butter! Ah! Butter! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Scheiße! Okay! Jetzt aber! Ich geh mich auf die Wand! Nein! Ja, geh doch! Schnell! Ja! We did it! 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 Jetzt halt bitte den Maul! Ich geh die gerne in das Teil! Ja, Christian! Ach, fuck! Man will nicht gut, ey! Ich glaub, du magst nicht ganz! Nee! Krissi, du magst nicht! Krissi, du magst nicht schon! Krissi! Äh! Ich versteh den Maul! Ich werd den wenden, gibt's irgendeine Einnahme! Aber... Ach, nein! Ich bin tot! Boah, ich hab Bock auf Cola! Und auf Fanta! Ihr seid da jetzt nicht reingegangen! Ich hab... Ich hab... Okay, danke! Gut, weiter geht's! Pum, Pum schon wieder! Pum, Pum! Ich will Schokokuchen! Bitte! Danke! Das war bei... Hey! Hi! Der Regenbogen! Was passiert jetzt mit dem? Getscheiper! What the... Alter, Max! Haha! Max geht grad rein, komm mit mir! Hahaha! Jungen! Max, du hast dich getroffen... Patsch! Jungen! Jungen! Ja, das ist... Geil, Max! High five! Ich muss immer high five! Ich muss immer high five! Hyper! 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 Ach, das ist ja... Alter, ihr müsst euch mal erzählen, wir sind alle auf einem Sauhauf! Wir sind alle auf... Ja! Hyper! Hyper! Nie wieder so etwas! Hyper! Hyper! Guck mal, guck mal, was passiert jetzt? Oh, Thomas! Jetzt hab ich sogar was vorlesen... Was passiert, was passiert, was passiert? What's passiert? Oh... Jetzt kriegst du ein Bild. Oh Chrissi, du Lumpen. Ja, ja, ja. Wir sind entkommen. Eichel! Du hast es nicht. Alter Chrissi, du bist so ein Knecht. Los, geh den Feuerbruder attackieren. Warte. Kein Bock, ey. Oh ja. Ein Hup. Oh, warte. Scheiß drauf, das haben wir uns vorhin auch schon gelesen. Get Hyper! Hyper! Alter, ich bin übel gut, wenn ich Hyper mach. Get Hyper! Was ich angesprochen habe, das ist kein Together-Projekt mehr wert. Wo ich dir jetzt wirklich bin. Hey, nee. Ist das ein Single? Ja, ich mach's dann nur noch alleine. Fuck, Mann. Okay, wir sind jetzt noch weiter dabei. Ja. Grund bleibt vor uns halten. Oh, komm, komm, komm! Das schaffen wir jetzt einfach. Oh, man, öffne dich doch. Was zur Hölle? Wie schade! So ein Pech aber auch! Immerhin haben wir 26, Max hat zwei, die letzten, äh, 10. Ähm, was laber ich? Keine Ahnung, kein Deutsch. Gut. Ganz Deutsch. Oh, ich krieg's nicht so niederlich. Sandkuchen, du isst dir vier. Spikes Sandkasten. Spikes Sandkasten, Alter. Oh, du schickst nicht hier. Stein-Spikes-Star-Karte. Das heißt, Star-Karte, du Spass. Ich weiß. Okay, dann hier mit einem Sieg und Exit. Das weiß ich sogar. Ja. Wie heißt das Level? Spikes Sandkasten. Boss-Männchen. Ja. Ich mag sein Kästen. Ich bin auch. Ja, Mandy, ich bin es ja. Alter! Das war jetzt fies, Holger. Wenn ich jetzt sterbe und nichts dranhofft, hab ich dein Ziel gegeben? Nein. Nein. Fies. Ach, wo ist deine Sinn? Achso, da braucht man einen Minipins, okay. Aber der gibt's hier, glaub ich, hier. Ich seh! Fuck! Ich seh gar nichts wegen der Kameras. Ja, ne. Ich schaue nicht, ich sehe alles mit der Busch. Dann siehst du das. Ist egal, da ist schon mal der erste Star-Code. Schaffi, Gold! Yay! Warte, die muss die mir gekommen. Ich hol die. Ich kenn dich aus. Ah, fuck. Hier wollte ich ein bisschen. Oh, mein Gott. Nein! Ich muss die Idee. Ja. Ja, tut mir leid. So aus, was ich katapultiert. Was? Weihnachtsgarten. Weihnachtsmann. Gibt's denn schon? Ja, ich war gestern. Ernsthaft. Ich hab so in früher mal geschaut. Was? Es gibt jetzt schon Weihnachtsmann? Ich glaub, wer war hier, hallo. Was? Wer ist das denn? Wer hat gerade gerülpst? Ey, fuck, Mann! Was? Fuck, ich mach auch. Ich lieg jetzt immer wieder mal nach dem Game-Server ein, den ich morgen veröffentliche um 18 Uhr. Was? Ich hab irgendeinen Server erstellt. Hallo, hallo. Guck doch mal, ob's da reingehen. Oh, es wird nicht so. Aber ich hatte schon... Hallo, gehen wir mal zurück hier. Christian, hallo. Stimmt, da muss ich reingehen. Leute! Max! Max geht zurück. Alter! Ah, Baby, sie magnifique, sie magnifique. Ich fick dich gleich hier. Nein, nicht laufen! Max, ganz ruhig, ganz ruhig. Bin ich der Einzelnen? Ja! Ich kenn mich aus! Nicht wirklich. Aber ich will ja... Hallo, geht immer rein! Ich bin schon... Super. Suche. Jetzt aber... Ja, das Ding war auch schon. Sie magnifique, magnifique. Polkafika. Guck, da geht's nicht rein. Echt? Jetzt? Aha. Okay, der wird's auch nicht räumen. Ach, so viel, so viel. Husti! Ey, Max! Was? Der Max hat ja auch nichts besser zu tun hier, also... Ach, das ist okay. Hui! Jetzt nur zur Unterhaltung hier. Ja, zur Niveausschreiberung. Ich glaub, eher zur Niveausschreiberung. Ich glaub, eher zur Niveausschreiberung. Ich glaub, eher zur Niveausschreiberung. Ja, was? Nichts. 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 Soll ich mir immer wieder zu sprechen? Kannst du mir mal schnell bei dir der Playlist herstellen? Nein! Kann ich nicht mehr. Jetzt, Alter! Hallo, Max! Hallo, Max! Ah, scheiße! Wie kommt Angst zu was? Es geht schon um! Und du! Doch! Christian, da geht's übrigens rein! Setz dich heute! Setz dich! Ja, dann geht doch einer! Hallo! Wie geht man da rein? Christian, du bist doch ein Spaß! Befrei mich! Befrei mich! Ich bin ein Backup! Gehtalper! Ich weiß doch, wie man da rein geht! Ich weiß doch, wie man da rein geht! Alter! Guck mal, wie gut ich bin! Hallo! Könnt ihr mal bitte mitkommen? Zu behindert, ne? Wer bist du denn? Hier links! Jungs! Okay, okay! Müsst du schreien! Ja, wenn ihr nicht kommt! Oh, ja, Entsorge! Danke! Übelste Scheiße Bau bin ich nicht so gut, ey! In dem Game! Stimmt! Ah, ich glaub ich weiß es jetzt! Ah, kacke Mann! Ja, Alter, Christian! Wer ist denn der Gelb? Hallo! Mach doch mal ein! Mach doch einfach Blase! Ach, Max! Ich will dir keine Ideen haben! Beide, los! Hab ich schon gemacht! Max hat mich mit mir gefehlt! Ach, du bist der Gelbe! Okay! Ach so! Und dann, klar! Hey, ja, wohin dann? Jetzt halt mal! Ja, wohin? Ach so! Ja, aber du weißt es doch, oder? Nein! Jetzt bin ich grad irgendwie überfragt! Kein Hau! Okay, keine Ahnung wie man da runter reinkommt! Vielleicht kriegst du ja gerade auch noch mal zu machen! Kack, bin ich tot! Nein, laber mich! Ich bin ja nicht tot, oder? Ja! Sag doch, bin ich tot! Wobei, ich glaub wir hätten so... Wir haben sowieso eingesteitig übersprungen! Was laberst du denn? Ehe, oder? Na! Hä? Ja, genau! Okay, ich setz mich da auch mal wieder hin! Dann hab ich dir aber schon mal angeguckt! Ja, ja! Hallo, okay, nein! Ich hab mich fixen! Oh! Sag doch, blöde! Ach so! Minipilz! Ja! Sag ich ja! Boah, geil! Gute Macht spielen! Warte, ich mach... Ich mach... 80 Gelexelt, sag ich ja! Kommt, Jungs! Alle rein! 100! 800! Was will ich jetzt? 10-5? Nix! Nix! Nimm it be! Endet! So, was ist damit der andere Starcoins? Ja, Bitch! Ja! Hei, oder? 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 Tschüss, tschüss.